So, herzlich willkommen zum Symposium. Das Symposium, das ist eine Gemeinschaftsproduktion von, wie ich immer halbironisch sage, den beiden aufstrebenden Wissenschafts- und Philosophie-Blogs, den deutschsprachigen, nämlich von Philosophies, von Dirk Buskain und vom Blog der großen Fragen von meiner Wenigkeit. Und Dirk, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Du auch, ja. Das ist nämlich, denn es ist so, uns beide muss man vorstellen, aber unseren Gast muss man eigentlich nicht vorstellen, denn wir haben tollerweise einen der bekanntesten deutschen Hirnforscher heute zu Gast und können den mit unseren Fragen löchern. Ja, herzlich willkommen, Herr Roth, vielen Dank, dass Sie hier sind. Keine Ursache. Ja. Danke schön. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Jetzt ist natürlich, Ihren Namen muss man tatsächlich vielleicht nicht vorstellen, aber natürlich stellen wir Sie kurz vor, denn die meisten Leute wissen vielleicht nicht, was Sie so alles gemacht haben, auch wenn Sie vielleicht Ihren Namen kennen. Sie, es ist so, wenn wir Sie ganz exakt anreden würden, müssten wir Sie Professor Doktor, Doktor Gerhard Roth nennen. Das ist vielleicht schon der erste interessante Punkt, denn Sie haben 1969 in Philosophie promoviert und 1974 in Biologie beziehungsweise Zoologie. Nebenher haben Sie haben Sie auch noch Musikwissenschaften studiert, das heißt, Sie haben Sie auch noch Musikwissenschaften studiert, wenn ich das richtig recherchiert habe, wenn ich das richtig recherchiert habe, das heißt, Sie sind ja also kein Spezialist, sondern Sie sind jemand, der sozusagen die Breite der Perspektiven drauf hat, sage ich mal so flapsig. Und das ist also für uns sehr interessant für die Thematiken unserer Blogs. Dann waren Sie an der Uni Bremen, sind dort der Direktor des Instituts für Hirnforschung beziehungsweise für Kognitionswissenschaften geworden. Später waren Sie noch Rektor des Hanse-Wissenschaftskollegs, Mitglied der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften und 2003 bis 2011 Präsident der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und dann haben Sie noch, wenn ich das richtig gesehen habe, 2016 ein privates Institut gegründet, in dem Sie noch tätig sind. Also von Ruhestand ist bei Ihnen noch lange nicht. Ja, ich kann noch hinzufügen, ich habe noch ein weiteres Institut gegründet, nämlich in der Schweiz und bin zu dem schönsten Titel meiner Kollektion gekommen. Ich bin nämlich Vorstandsvorsitzender einer schweizerischen Aktiengesellschaft. Eine kleine Aktiengesellschaft, weil das ist für einen Deutschen der schönste Titel, den man sich vorstellen kann. Das ist nicht schlecht. Ich hätte gerne auch eine Schweizer Aktiengesellschaft. Ah ja, ja, ja. Gut, wunderbar. Das heißt, bis zum Rosenzüchten, da ist noch viel Zeit, da geht noch viel Wasser den Bach runter. Und daneben haben Sie auch noch zahlreiche Bücher geschrieben, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche. Und zu den Inhalten wird Dirk uns jetzt kurz noch ein bisschen was sagen, oder? Ja, ich versuche es. Also wie gesagt, der Herr Professor Dr. Roth ist da natürlich der Fachmann, aber von den Forschungsinhalten kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass Sie von der Philosophie gekommen sind. Das hat sich mal in einem Interview mitgekriegt und eigentlich mit den Antworten der Philosophie, besonders jetzt der Philosophie des Geistes, nicht so ganz zufrieden waren. Also die Antwort, die Philosophie da liefert. Und das war mit einer der Gründe für Sie, also auf den, sagen wir mal, empirischen Input, also auf die kognitiven Neurowissenschaften oder in dem Falle dann eben die Neurobiologie oder Sie haben ja mit Zoologie angefangen, für sich zu entdecken, um dann anderen Zugang zu bekommen. Ist das wichtig? Ja, also Neurobiologie gab es damals in Deutschland noch nicht. Das konnte man nicht studieren, aber schon meine Professoren haben Neurobiologie betrieben, insbesondere ein berühmter Mensch, der mich sozusagen bekehrt hat zu den Naturwissenschaften. Professor Rentsch war einer der Ersten, der zum Beispiel Gehirnevolution untersucht hat und auch zum Beispiel als allererster untersucht hat, ob Schimpansen ein Bewusstsein haben. Das war so passiert damals. Und deshalb fanden wir Sie, ehrlich gesagt, auch als Gesprächspartner sehr interessant, weil Sie für uns ja auch diese Schnittstelle bilden, weil ist klar, dieses Geist-Materie-Problem, Körper-Seele-Problem ist ja bekannt, wird auch gerne immer als Dualismus verhandelt. War für uns natürlich Sie als Ansprechpartner zu Beginn besonders interessant, weil Sie da genau aus diesen beiden interdisziplinären Bereichen kamen. Das drückt sich dann auch in Ihren Büchern aus. Das heißt, Sie haben da auch Publikationen zu das Gehirn und seine Wirklichkeit, kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Von 1994 fühlen, denken, handeln, wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Das hat wahrscheinlich auch mit Ihrer Tätigkeit an Ihrem Institut auch zu tun. Sie machen da ja auch Beratung und Coaching, denke ich mal. Kann man das so sagen. Und was für uns eben auch interessant war, weil wir auch, hatten Sie ja auch schon mal gesehen, wir hatten auch schon andere Interviewfragen aus der Richtung Neurophilosophie, dass Sie das nochmal aus der Richtung der Neurowissenschaften nochmal beleuchten könnten, unser Problem. Und Sie haben da ja auch Verweisen darauf, dass man das Bewusstsein, womit wir uns ja heute beschäftigen wollen, wie wirklich ist das Bewusstsein, vielleicht in limbischen Systemen verortbar ist oder ein Zusammenhang besteht. Das müssen Sie gleich uns nochmal genauer erläutern. Sie haben dazu auch 2014 dieses Buch beschrieben, wie das Gehirn die Seele macht. Da würden wir auch gerne, wie Sie gleich an unseren Fragen sehen werden, auch noch ein bisschen in Richtung diesen neurobiologischen Konstruktivismus nachfragen, ob es da Möglichkeiten gibt, wie weit da Realität und Wirklichkeit zusammenfinden. Das wäre so ungefähr unser Menüplan für heute. Ja, sehr schön. Da würden wir gerne mit starten. Kann ich die nächste Folie? Ja. Gut, dann starten wir direkt mit der ersten Frage, oder? Also sozusagen das Grundproblem ist ja immer sozusagen, jetzt mal salopp formuliert, was ist im Gehirn und was ist da draußen? Also Herr Professor Roth, wie würden Sie das sagen, existiert die Welt nur im Gehirn oder gibt es auch außerhalb eine Realität? Nein, diese Frage würde natürlich schon unterstellen, dass das Gehirn der Behälter unseres Bewusstseins ist. Und wenn ein Behälter existiert, in dem Bewusstsein existiert, muss es etwas geben, was außerhalb des Bewusstseins ist. Sonst wäre die Frage sinnlos. Und das ist eigentlich schon die Antwort. Obwohl das, was ich als Hirnforscher untersuche, interessanterweise ja nicht das objektive Gehirn ist, das vermutlich mein Bewusstsein erzeugt, sondern ich sehe ja in meinem Bewusstsein als Hirnforscher, wenn ich mir das mit bildgebenden Methoden angucke, auch mein Gehirn, das wiederum ja nur in meinem Gehirn existiert. Nämlich alles, was ich sehe, so glauben alle Neurobiologen der Welt, wird ja von meinem Gehirn als Bild erzeugt. Und schon um diese Paradoxie oder mögliche Paradoxie aufzulösen, muss ich schon aus logischen Gründen annehmen, dass das Gehirn, was ich sehe als Hirnforscher, nicht das Gehirn ist, was mich mein Bewusstsein herstellt. Nämlich dann würde ich gegen eine fundamentale Logik verstoßen, dass eine Teilmenge nicht die echte Menge hervorbringen kann. Das gilt als logisch ausgeschlossen. Das heißt, wir müssen als Wissenschaftler, obwohl wir es, darüber reden wir ja noch, nicht wirklich beweisen können, wir müssen annehmen, damit unsere Forschung einen Sinn macht. Es gibt ein Gehirn, das von meinem Bewusstsein unerkemmlich existiert, in einer bewusstseinsmäßig unabhängigen Realität. Und in dieser Realität, dieses reale Gehirn, mein Bewusstsein und damit auch mich, wie ich mich dann selbst sehe, erzeugt. Und diese Idee ist gar nicht neu, wurde vor 100 Jahren in einem berühmten Aufsatz von einem berühmten Psychologen, Wolfgang Köhler, schon so formuliert. Nämlich unter dem Titel, die Lösung eines alten Scheinproblems. Man muss also, wie Kant das ja auch schon und viele andere diskutiert haben, man kann nicht erklären, dass das, was wir Bewusstsein nennen, gleichzeitig sich selbst hervorbringt. Das wird eine ganz andere Philosophie erzeugen. Sondern man muss annehmen, Bewusstsein wird erzeugt von einer Entität, von der wir, wie Kant das meinte, erstmal nichts wissen können. Die Dinge an sich, zu der Problematik kommen wir vielleicht gleich noch. Und diese Dinge an sich, die erstellen auf irgendeine Weise, zu der auch Kant nicht sagen konnte, uns unser Bewusstsein her. Das ist ein Postulat, eine Denknotwendigkeit, aber wir können, auch das hat Kant schon gesagt, insofern bin ich auch Kantianer, im ganzen Maße. Wir können diesen Prozess nicht weiter untersuchen. Wir können eben nicht uns außerhalb unseres Bewusstseins stellen. Das ist auch logisch nicht möglich. Das wäre wie Fahrradfahren ohne Fahrrad. Das wäre Farbensehen eines Farbenblinden. Das geht nicht. Wir können über die Grenzen unseres Bewusstseins nicht wirklich hinaussteigen. Wir können nur spekulieren, wie eine bewusstseinsunerbliche Welt aussehen könnte. Obwohl das natürlich dann immer die Frage, was dann Wissenschaft ist, berührt. Aber insofern ist das die Lösung, die einfach logisch erzwungen wird. Nämlich, wenn ich sagen würde, es existiert außer dem Bewusstsein nichts, dann würde es ja auch nur für mein Bewusstsein gelten. Nicht für Ihr Bewusstsein. Da wäre Ihr Bewusstsein ja auch nur wiederum. Dann bin ich Solipsist und das ist schwierig, Solipsist zu sein, dass nichts existiert außer meinem Bewusstsein. Das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, weil man da doch eigentlich dann auch Gefahr läuft, wenn es tatsächlich so ist, wenn alles durch das Gehirn konstruiert wird, Gefahr läuft, in Solipsismus zu laufen. Aber das können Sie immunisieren, also dass man an der Stelle... Ja, also natürlich ist das nicht widerlegbar. Es haben ja auch berühmte Denker schon immer gesagt, man kann den Solipsismus nicht widerlegen. Man kann den auch nicht bestätigen, weil nämlich zur Evidenz wie auch Widerlegung das notwendig wäre, was unmöglich ist, nämlich sich außerhalb des eigenen Bewusstseins zu stellen. Das widerspricht sich. Man kann nicht mit dem Bewusstsein das Unbewusste erkennen, auch übrigens ein fundamentaler Irrtum von Sigmund Freud. Da finde ich auch so systemtheoretische Ansätze, also dass man sagt, man kann nicht außerhalb des Systems stehen. Kann man das so auch vergleichen? Ja, da gibt es verschiedene interessante Ansätze. Ein berühmter Ansatz ist einfach die der Selbstreferenzialität des menschlichen Gehirns, auf die man auch kommt, wenn man sich das Gehirn mal scheinobjektiv anguckt. Das ist ein selbstreferenziales System, das kann man auch belegen, dass eben nahezu alles in meiner Großsinnrinde, die irgendwie das Bewusstsein hervorbringt, dieses Bewusstsein im Wesentlichen zu sich selber spricht. Also das Bewusstsein könnte niemals genau feststellen, was kommt von außen und was ist innen erzeugt. Nämlich das Bewusstsein kann sich immer nur sich selbst erleben. Und das ist, ja, das andere geht auf den berühmten Logiker und Mathematiker Kurt Gödel zurück, der auch sagte, jedes Aussagesystem ist in sich abgeschlossen. Man kann die Gültigkeit eines Aussagesystems nicht in diesem System beweisen. Und das war einer der fundamentalsten Sätze der Logik überhaupt in den letzten tausend Jahren. Die beiden Dinge nehmen wir mal, dass wir zwar logisch gezwungen werden, eine Verdopplung, wie man sagt, der einer objektiven Realität und in der eine subjektive Wirklichkeit entsteht über unser Gehirn, so nehmen wir an, aber dass wir das nicht, niemals, um mit Gödel zu sprechen, nicht beweisen können, auch nicht widerlegen können, weil wir nicht aus diesem System hinaustreten können. Insofern ist der Konstruktivismus, den ich jetzt vorsichtig nicht radikalen, sondern neurobiologischen Konstruktivismus, denn ist der eigentlich auch von ganz anderen Geistesgrößen auch so abgesegnet. Das ist immer gut. Sie hatten eben auch Kant erwähnt. Ja. Aber Kant macht ja auch dieses Ding an sich als Nomena. Ja, eben. Ja, also schon zu Kant's Zeiten ist ja kritisiert worden, dass er zwei Dinge völlig unzulänglich und falsch sieht. Einmal, es spricht von der Existenz, der notwendigen Existenz der Nomena, der Welt der Dinge an sich, die aber auf irgendeine Weise unsere Wahrnehmungswelt affiziert, wie er sagt. Aber da fragt man ja, wenn die Dinge an sich nicht erkennbar sind, woher weiß er dann, dass die Affizierung von denen kommt? Das hat man schon, da komme ich schon, Fichte oder irgendjemand hat das schon kritisiert. Das Zweite ist natürlich, dass er davon überzeugt war, dass die Kategorien objektiv wahr sind. Und das ist erstens in sich nicht schlüssig, er kann niemals beweisen und konnte auch damals nicht beweisen, dass die Kategorien logisch objektiv waren. Und heute hat sich herausgestellt, stimmt auch nicht. Nämlich sie, Kurt Gödel, das war der Abgesang einer, ich glaube es an der Objektivität, an eine bestimmte Logik. Nämlich jede Logik, so sagt Kurt Gödel, braucht eine höher gestellte Logik, um eine tiefere Logik zu beweisen. Die einwertige Logik wird durch eine mehrwertige Logik und die Prädikatenlogik erster Stufe wird durch eine Prädikatenlogik zweiter Stufe abgesichert. Das geht immer so weiter, das nimmt so Kurt Gödel auch kein Ende. Und das müssen wir so als Paradoxie anerkennen. Nur noch eine Frage noch dazu, aber man kann schon sagen, dass die Kognitionswissenschaften doch eigentlich auf der Phänomena-Seite sind. Dass sie sich eigentlich für die Nomena, empirisch ist es ja problematisch, Nomena an der Stelle zu beweisen. Ja, natürlich, das ist ja auch so ein Grundfehler oder ein Grundirrtum meiner Wissenschaft. Ich glaube, dass man es schön daran sieht, man nimmt so ein Lehrbuch auf den ersten 700 Seiten, steht drin, wie es im Gehirn zugeht, ganz objektiv, wissenschaftlich, und dann kommt ein Kapitel über die Konstruktion des Bewusstseins im Gehirn, dass alles, was wir erleben, auch als Hirnforscher, nur ein Konstrukt unseres Gehirns ist. Da fragt man sich also, was für einen Status haben die Aussagen der ersten sieben Kapitel? Und das reflektiert kaum einer meiner Kollegen, wenn er nicht philosophisch vorgebildet ist. Dass das ein Widerspruch ist, nämlich dann müsste man sagen, na ja, all das, was wir jetzt objektivistisch sieben Kapitel lang dargestellt haben, über die Wahrnehmung, über die Kognition, über die Gefühle, sind nur Konstrukte unserer wissenschaftlichen Vernunft. Aber da sehen Sie den Unterschied zwischen einem Fachmann, einem Neurowissenschaftler, und einem philosophisch gebildeten Neurobiologen und umgekehrt. Also für mich ist es unverständlich, wie ein Philosoph etwas über unsere Probleme aussagen könnte, der nicht gleichzeitig ein Neurowissenschaftler ist. Aber auch Neurowissenschaftler könnten nie die Problematik dessen, was sie machen, einfach ausstreichen, so wie auch Heisenberg als Physiker, ich habe den gerade eben gelesen, auch immer mit reflektiert hat, unter welchen Bedingungen betreiben wir denn Physik und sich das philosophische Status dessen, was er als berühmter Physiker gemacht hat, immer klar war, auch Einstein übrigens. Das ist sehr bedenkenswert. Das Erkenntnisprojekt gehört mit zur Beobachtung. Genau, genau. Da haben wir schon die Antwort auf Ihre Frage. Ich muss die Bedingungen des Erkenntnisgewinns in einem Fach, die philosophischen Bedingungen oder Erkenntnistheoretisch immer mitdenken. Also sollte jeder Wissenschaftler auch ein Philosophiestudium haben, sagen wir mal so. Und umgekehrt, ja. Und umgekehrt würde ich sagen. So, zur nächsten Frage, oder hast du noch was? Ja, ich glaube, Heisenberg hat auch, ich habe so ein Zitat im Kopf, genau unterschieden zwischen Naturerklärung und Naturbeschreibung. Das war ein bisschen wichtig. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Das habe ich gerade gelesen. Ich bin auf ein dünnes Heftchen gestoßen von ihm mit Aufsätzen in den 40er Jahren. Und das ist überwältigend, wie klug er war, hat er da die Unterschiede gemacht. Ja. Super, gut. Dann hätten wir als nächste Frage, gucke ich auch noch mal gerade eben rein. Gibt es für Sie ein Heartproblem? Kennen Sie ja von David Chalmers oder anderen inventory Gap hinsichtlich der Konstitution von Bewusstsein. Ja, natürlich gibt es das. Also da soll man nicht drum herum reden. Und es gibt, also die Antwort, die David Chalmers gibt, ist unbefriedigend. Also hätte man sich mehr gewünscht als diese Zombie-Lösung oder Ähnliches. Aber es ist natürlich ein fundamentales Problem und erinnert genau an das, was vor 80 Jahren Heisenberg geschrieben hat. Nämlich er schreibt, die neue Physik zwingt uns anzuerkennen, dass es unvereinbare Erkenntnisse gibt. Das war ganz anders als noch zu Zeiten von Hermann von Helmholtz, der ja der Lehrer von Max Planck war. Und Heisenberg war ja über Sommerfeld auch Schüler von Max Planck. Da dachte man, die Welt ist vollkommen erklärbar durch Materie, Bewegung und Energie vielleicht noch. Und da sagt Heisenberg, wir müssen akzeptieren, dass es Experimente gibt, die nicht die Ergebnisse produzieren, die nicht miteinander in unserer menschlichen Logik vereinbar sind. Und er bezieht sich natürlich darauf, die Dualität zwischen der sogenannten Materie als Wellenzustand und als Korpusgelzustand. Und so sehe ich das inzwischen auch. Das kam mir gestern, als ich das gelesen habe, wirklich so ins Gehirn. Wir können eine Grenze, genauso wie Heisenberg das schreibt, wir können eine Grenze nicht rein logisch vorstellungsmäßig überschreiten. Nämlich, wenn ich das Gehirn mir angucke, ob nur per giltgebende Verfahren oder mit Elektroden, dann messe ich eben nur Gehirn, messe ich keinen Geist. Und umgekehrt, wenn ich mich in mich selber versenke oder mich einfach nur selbst erlebe, dann sehe ich überhaupt nichts von Heronen, dann sehe ich nur durchgeistige Zustände. Und da kann man jetzt so sagen, na irgendwie hängen die zusammen. Und die Frage, wie die genau zusammenhängen, diese Frage kann man beantworten. Und das ist ja auch das, was die Physik sagt. Wir können eine Quantenfeldtheorie entwickeln, die ja dann nach Heisenberg auch entwickelt wurde, wie wir das begrafflich machen können, dass diese Dualität besteht. Aber wir können sie nicht erleben. Wir können sie nicht mit unserer Alltagslogik nachvollziehen. Das haben ja viele Philosophen und auch Physiker versucht, dass sie sagt, na ja, Bewusstsein ist so etwas wie ein Saft, der jetzt aus den Nervenzellen kriecht. Aber das würde nichts lösen, selbst wenn es so einen Saft gäbe, den gibt es natürlich nicht, dann hätten wir den Saft da. Und jetzt, wie kommt aus dem Saft denn Geist? Und da müssen wir eben sagen, es gibt zwei miteinander aufs engste verschränkte Zustände eines unbekannten Gritten. Das nimmt ja auch Heisenberg an. Die Welt ist eine Einheit, aber eben unbekannt, die sich einmal als neuronale Systeme versteht. Und die können wir sehr genau untersuchen. Das mache ich auch unter anderem mit meinem Sohn. Und das andere ist das Selbsterleben. Und man kann nur erklären, warum es auf das engste zusammenhängt, aber man kann nicht den Übergang erklären. Und ich habe auch versucht, zu erklären, warum man das nicht kann. Aber wir müssen eine solche, genauso wie Heisenberg, die Dualität von Welle und Teilchen, so sehen wir eine unüberschreitbare Dualität zwischen Gehirnfunktionen, die aufs engste mit Geistfunktionen zu tun haben, so glauben wir, und dem Geist selber, dem Bewusstsein selber. Das ist genau dieselbe Erkenntnistheorie zur Dualität, die wir hinnehmen müssen. Gehen Sie auch davon aus, dass es in der Form auch nicht lösbar ist? Oder dass es jetzt nur eine Frage der Zeit ist? Naja, das ist eine philosophische Frage, nämlich was erklärbar oder lösbar heißt. Nämlich dieses Problem, über das wir gerade reden, ist gar kein besonderes Problem, sondern wenn wir als Physiker über Atome sprechen und Elementarteilchen, dann reden wir nicht mehr über Dinge, die wir anschaulich begreifen können. So sagt ja auch Heisenberg. Doch da müssen wir annehmen, da ist eine, wie er sagt, ein fundamentaler Schritt, so sagt er auch, ein Schnitt sagt er in seinen, das klingt wunderbar wie nach Chalmers, ein fundamentaler Schnitt zwischen der mesokosmischen Realität und der mikrokosmischen Realität. Aber wir können sehen, und so sagt eben auch Heisenberg, und das finde ich ganz toll, wir können natürlich das immer weiter zusammenbringen, immer näher, immer näher, aber der Schnitt bleibt. Und das ist das, was wir gerade erleben, wenn wir sagen würden, wenn ich vollständig, und vielleicht wird das gelingen, die notwendigen und hinreichenden neuronalen Prozesse für das Bewusstsein aufgeklärt habe. Könnte sein, weil es ja auch von höchstem Interesse ist für die Klinik, für Anästhesie und Narkosetechnik usw., dann haben wir das getan, was wir tun können. Und das Wesen des Bewusstseins ist philosophisch unerklärbar, weil es wahrscheinlich das Wesen gar nicht gibt, so sagt auch, nämlich das Wesen des Lichtes ist einmal, so sagt auch Einstein, die Welle, zum anderen das Teilchen und das unauflöslich. Und so sagen wir, das Wesen vom Bewusstsein ist das neuronale Substrat, wenn wir sagen, aber auch die Selbstempfindung. Selbst wenn ich ganz genau zeigen könnte, ich kann das ja auch experimentell manipulieren, ich kann ja ganz genau als Narkose-Arst ganz genau sehen, welchen Wahrnehmungsbewusstseinsgrad ich vor einer Operation einstelle. Das muss man ja ganz genau wissen, mit der Patient sich vorzeitig aufwacht. Trotzdem habe ich damit nicht das Wesen vom Bewusstsein erläutert, nämlich das Wesen vom Bewusstsein besteht darin, wie ich Bewusstsein wahrnehme. Das ist ein Teil des Wesens. Der andere Teil des Bewusstseins ist, was es macht, warum wir Bewusstsein haben, das ist eine psychologische Frage, und was Bewusstsein neurobiologisch ist. Und dann mit dieser unauflöslichen Verschränkung müssen wir uns abfinden. Dann würde ich sagen, das ist die Erklärung, so wie Kant sagt, jede Erklärung ist nur in der Welt der Phänomene möglich, plus der Kategorien dazugegeben, aber nicht in der Welt der Nomina. Insofern ist es lösbar, das Problem, soweit wir mit unserem menschlichen Verstand überhaupt etwas lösen können. Wir können ja auch nicht das Wesen von Elementarteilchen sagen, oder auch wie Einstein gesagt hat, alle reden vom Licht, vom Wesen des Lichts. Ich weiß aber nicht, was das Wesen von Licht ist. Ich kann immer nur experimentieren. So müssten wir uns verhalten. Wir können immer nur Selbstbeobachtung machen, psychologische, neurobiologische Experimente machen, und dann können wir die beiden Dinge immer weiter annähern, aber es bleibt immer noch der Spalt, der Sprung. Darf ich eine Nachfrage stellen? Sie hatten Chalmers und das Zombie-Problem erwähnt, und hatten Sie so ein bisschen gesagt, das sei so, könnten Sie vielleicht kurz erklären, warum das so, wenn man es nicht so ernst nehmen muss? Ich habe an der Stelle immer, von Peter Biri, der hat das mal so formuliert, ich glaube, das ist das Zombie-Problem, Es gäbe doch ganz viele Prozesse, die über selbst, über Rückkopplungsschleifen und so weiter im Körper ablaufen, auch ganz komplexe Vorgänge, ohne dass wir ein inneres Erleben hätten. Und dann fragt er, warum könnte nicht alles da sein, aber kein inneres Erleben? Ist das eine Frage? Nein, auch das ist falsch. Beide haben Unrecht. Und zwar aus ganz einfachem Grunde. Man kann, und das ist vielfach gemacht worden, sagen, Biri kommt ja aus der Ecke der Epiphenomenalisten. Er war ja lange Zeit Epiphenolist, was er jetzt ist, weiß ich nicht mehr. Also erstens, warum ist Chalmers Zombie-Annahme schwachsinnig, würde ich sagen? Weil, ja, das muss man so sagen, mein Freund, der Philosoph Michael Pau sagt, das ist schwachsinnig. Nämlich, es gibt einfach überhaupt keinen Beweis, auch nicht mal einen logischen Beweis, dass ein Mensch ohne Bewusstsein, also ein Zombie, sich genauso verhalten würde, wie einer, der Bewusstsein hat. Das gibt es nicht, sondern es gibt unendlich inzwischen sehr viele, sehr gute Experimente, die zeigen, dass ein Mensch, der Bewusstsein hat, sich ganz anders verhält, als einer, der kein Bewusstsein hat. und nicht nur einer, der jetzt nicht bei Bewusstsein ist, sondern zum Beispiel einer, der Aufmerksamkeit auf etwas richtet oder einer, der nicht Aufmerksamkeit auf etwas richtet. Völlig verschieden. Wenn Sie auf Dinge Ihre Aufmerksamkeit richten, können Sie zum Beispiel Details wiedergeben. Sie lesen eine Zeile und wenn ich Sie sofort frage, können Sie noch mir wiedergeben, was da stand, dann können Sie das, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit als eine besondere Bewusstseinsform darauf richten. Wenn Sie aber mit Ihren Gedanken woanders sind, dann können Sie sagen, keine Ahnung, ich habe nicht darauf geachtet. Oder wenn Sie abends spät im Bett liegen, dann lesen Sie manchmal eine Seite eines Buches und dann kommen Sie wieder zu und ich sage, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gelesen habe. Insofern gibt es sehr viele Experimente psychologischer Art, die zeigen, Bewusstsein hat eine ganz bestimmte Funktion. Bewusstsein wird immer dann eingeschaltet gegenüber dem Unbewussten, dem Automatisierten, wenn es um Details von wichtigen Dingen geht, also Details, Dinge, die von unserem Gehirn unbewusst als neu und wichtig empfunden wurden und dann wird Bewusstsein als Instrument eingeschaltet. Und das kann man inzwischen wunderbar per physiologisch, aber auch per Bildgebung erfahren. Dieser Switch, der braucht nämlich 300 bis 500 Millisekunden, eine halbe Sekunde. Das kann man wirklich sehen im Gehirn und mein früherer Mitarbeiter und jetziger berühmter Kollege John Haynes hat das auch alles gezeigt. Das ist fantastisch. Darum kann man sagen, wenn ein Mensch überhaupt kein Bewusstsein hat, dann ist es sowieso scheintot, aber wenn er sein Bewusstsein, sein Aufmerksam Bewusstsein nicht auf Dinge richtet, kann er auch nicht berichten, was er da gesehen hat. Er kann zwar unbewusst darauf reagieren, das ist das Interessante, also ich laufe ja weg vor einer großen Gefahr, ehe ich mir bewusst wird, wovor ich weglaufe, aber dann weiß ich eben nicht, wovor ich weglaufe. Das ist ja inzwischen ganz bekannt und erst das Bewusstsein sagt mir, das war eine Klapperschlange oder keine Klapperschlange. Mein Kollege Joseph Ledoux hat das ja sehr schön dargelegt. Ergo ist die Aussage, es gäbe Zombies, die sich genauso oder identisch verhalten, wie Leute, die Wustern haben, ist ein Absurde. Da könnte ich auch sagen, also ein Kreis ist viereckig. Es gibt es nicht. Und da sagt er, ja, ich weiß zwar, dass es sowas nicht gibt, aber es ist vorstellbar. Da sage ich, ich kann natürlich meereckige Planetenbahnen vorstellen, aber die fundamentalen Gesetze lassen das nicht zu. Damit ist es erledigt. Darf ich direkt dazu eine Nachfrage? Direkt zu dem Punkt, Entschuldigung. Ist es jetzt nicht so, dass jetzt der Begriff Bewusstsein in zwei verschiedenen Kontexten gebraucht wird? Wenn ich es richtig verstanden habe, meinen Sie jetzt mit Bewusstsein bestimmte Prozesse, die im Gehirn anspringen, die dann dieses Bewusstsein, diese Kontrolle und alles und diese Aufmerksamkeit ermöglichen? Das sind aber auch die Bewusstsein, warum ist das mit dieser ersten Personen Perspektive so verkündigt? Also erst einmal, das ist aber genau das, was Chalmers auch meint, wo man sich in der Philosophie des Geistes darauf geeinigt hat, Bewusstsein kommt in verschiedenen Formen, zum Beispiel Bewusstheit als solche, also Vigilanz oder Awareness als solche und dann eben Aufmerksam Bewusstsein, Ich-Identität und so weiter und all das fasst man zusammen, wenn man das nicht genau definiert, was ja schon seit Descartes so definiert wurde, ist ja sowieso Quatsch, darüber zu diskutieren. Also da kann man Herrn Chalmers sagen, Herr Chalmers, wenn Sie eben Bewusstsein do definieren als Zustand der Reflexion, als Aufmerksamkeit und so weiter, dann können wir fragen, ist es denn nur ein reines Epifemin, könnte es auch weggelassen werden und die Antwort ist nein. rein theoretisch, ohne dass es den Fitzelchen an empirischen Beweise gäbe oder auch fundamentalen Gesetzmäßigkeit, wir sprechen aber auch mal nicht zu diskutieren. Ob Ellipsen auch Ecken haben könnte, muss man nicht philosophisch hinterfragen. Ja. Darf ich da auch nochmal eine kurze Nachfrage noch, weil wenn Sie das so erklären, dass das Gehirn, wenn man so will, die Schaltzentrale oder die Vermittlungsstelle zwischen Realität und Wirklichkeit ist, kann man das so sagen, dass dann müsste ja eigentlich das andere Gedankenexperiment mit dem Brain in the Tank dann funktionieren. Dann müsste ja Bitte mit nochmal. Es gab ja ein anderes Gedankenexperiment, wo man ja nicht als Zombie, sondern andersrum einfach ein Brain in the Tank hat. Also einfach das Indipro-Gehirn, wo man sagt, Körper brauche ich nicht, die ganzen Funktionalitäten sind eh über das Gehirn gesteuert, also ein Eurozentrismus. Die Umwelt ist egal, das Gehirn funktioniert dann von allein. Das würden Sie so auch sehen. Das ist ja insofern interessant, wenn man jetzt daran denkt, was KI-Vertreter alles sich vorstellen, dass wir überhaupt keine Umwelt mehr brauchen, sondern alles ist nur noch virtuell, wird uns über Auge und Ohr und Haut oder so direkt im Gehirn eingegeben, wozu brauche ich noch die Umwelt. Das ist eigentlich möglich. In bestimmten Fällen ist das ja sogar, aber als Biologe muss man dann sagen, so ein Gehirn ist nun leider nicht überlebensfähig. Solche Brain Tank oder Tank Brain Experimente sind ja gemacht worden und das Gehirn ist, soweit wir wissen, absolut auf einen Feedback aus der Umwelt angewiesen, sonst dreht es durch. Also ich kenne Leute oder kenne Experimente, wo das gemacht wurde und die Leute machen das eine Stunde lang mit und dann fangen sie an irre zu werden. Das sind schon ziemlich alte Experimente. Also theoretisch ist das möglich, dass man die gesamte Umwelt simuliert, aber es ist biologisch nicht ratsam. Also im Gegensatz zu dem Argument von Chalmers ist das etwas, was durchaus möglich ist und ist ja auch die Gefahr der KI, dass Menschen immer mehr, auch in Science-Fiction-Homanen gibt es das ja alles schon, nur in einer virtuellen Welt leben, aber es ist praktisch sehr gefährlich und auch noch nicht erreicht. Aber da bin ich vorsichtig, wie weit das gehen wird. Also das ist ein ganz anderes Kaliber an Argumenten für einen Neurobiologen. Da wollte ich gleich nochmal bei der nächsten Frage kommen, wenn ich zu den BCIs, den Brain-Computer-Interfaces nochmal eine Frage habe. Ich gucke gerade nochmal die nächste Frage wäre, hatten wir eigentlich auch schon gerade thematisiert, hatte Axel gerade schon angesprochen, die verschiedenen Formen von Bewusstsein und wir würden jetzt gerne nochmal ganz speziell zu dieser Frage der ersten Person-Perspektive, also Selbstbewusstsein, Ich, Identität nochmal, dass Sie da nochmal was zu sagen. Klar, also es gibt natürlich Bewusstsein ohne Ich-Identität. Einmal die Vigilanz, ich bin bei Troste, aber ich habe keine Ich-Identität und es gibt auch Ausfälle von Hirnzentren nach einem Schlaganfall, wo jemand gar nicht mehr weiß, wer er ist. Das ist neurologische, klinische Alltag und es ist die interessante Frage, wie unsere Ich-Identität entsteht. Und da gibt es sehr viele interessante Studien, wie das kleine Kind ganz langsam eine Ich-Identität entwickelt. Das sind genetische Prozesse, hirnorganische Prozesse, aber wie mein Freund Wolfgang Prinz, der Psychologe, der gerade ein Buch darüber geschrieben auch sagt, die Ich-Identität ist auch ein soziales Konstrukt, was wir aushandeln als Kleinkind mit unserer primären und sekundären sozialen Umgebung. Ohne eine solche soziale Interaktion würden wir niemals eine Ich-Identität entwickeln, über sich in der Form, wie wir sie kennen. Und es gibt ja durchaus Kulturen, in denen diese Ich-Identität völlig fremd ist, die dann auch schon vor 100 Jahren Levi Brühl, ein Ethnologe, dann fragte, ja, aber was ist denn deine Meinung? Und dann sagt, ja, die Meinung des Häuptlings ist so und so, ja, aber was ist denn deine Meinung? Ja, die Meinung meiner Eltern ist so und so. Und er wusste gar nicht, was meine eigene Meinung war. Gut, all das ist erlernt, aber es gibt natürlich neurobiologische Grundlagen, so könnte man sagen, der Ich-Identität, die zum Beispiel unabdingbar an das sensomotorische Feedback gekoppelt sind. Wenn ich nämlich sie nehmen würde und würde ihre Rückkopplung von ihrem Arm vereisen, die Nerven vereisen, dann würden sie plötzlich sagen, das ist nicht mehr mein Arm. Oder jedenfalls wären sie in Gefahr, das zu sagen. Der bewegt sich zwar, aber ich empfinde nicht mal das Arm, weil die Impulse vom Gehirn zum Arm zwar erhalten sind, aber nicht die Rückkopplung du liebes Gehirn hast alles so gemacht, wie du gewünscht hast. Und das ist eine wesentliche Grundlage. Ich bin das, der das veranlasst hat. Das ist das Autor schafft sie ich. Und das kann man ganz leicht, muss da nicht durchschneiden, man kann das runterkühlen und das Experiment, das dauert zehn Minuten und ist sehr eindrucksvoll. Und so ist es denn, es gibt neurobiologische Grundlage der Identität, auch die Zusammenführung, die multibudale Integration unserer großen Rinde neben dem und dann eben ganz besonders, da gebe ich Wolfgang Prinz sehr recht, es ist ein soziales Konstrukt. Ich werde von meinen Eltern als du eingeredet mit einem Namen und daraus leitet, so sagen die Entwicklungspsychologen, das kleine Kind ab, ach, ich bin gemeint und ich bin dein Sohn, ich wie meine Eltern. Von sich sagen ich. Und das ist sehr befriedigend. Der Ich-Zustand in seinen vielen Facetten ist ein Konstrukt unseres Gehirns, das aber massiv mit Umwelteinflüssen verbunden ist. Das Gehirn ist ja sowieso überwiegend ein soziales Organ. Wir dürfen die Umwelt ja niemals bis auf primitive Prozesse draußen vorlassen. Dann würde ich auch gerne nochmal nachfragen, würde das nicht auch dann in Richtung Enaktivismus Ja, natürlich. Würden Sie sagen, Embeddedness ist wichtig? Ja, das Gehirn ist ein Organ des Körpers. Und ohne den Körper wäre das Gehirn nichts, aber es ist nicht nur der Körper, es ist auch die Gesellschaft. Die Umwelt. Die Umwelt, ja, ja gut, das ist unsere soziale Umwelt, aber natürlich die natürliche Umwelt. Es sind also einmal Entwicklungskräfte im Gehirn selber, es muss ja die Befähigung dazu sein, in uns ein Ich zu entwickeln, aber zu der Entwicklung gehört dieses Biofeedback, es gehört die ertastete und ergriffene Umwelt und das gehört natürlich dann die natürliche soziale Umwelt und erst so werden wir Ich-Träger und es ist auch so, wenn wir das in unserer Kultur nicht wären, wäre unsere Gesellschaft nicht so, wie sie ist, wenn ich nicht angesprochen würde als Ich-Bürger, als Selbstdenkender. Die Neurophilosophie hätte dann ihren Schwerpunkt ja noch auf diese Korrelation, dass sie diese Korrelation zwischen Gehirn, Umwelt, Gehirn, Körper auch noch mal näher untersucht, aber so weit würden sie nicht gehen. Doch, also inzwischen weiß man ja sehr genau, welche Teile in unserem Gehirn, besonders natürlich in unserer Großhirnrinde als Bewusstsein, direkt von unserem Körper und von unserer Umwelt beeinflusst werden. Das ist ja das ganz Wesentliche, was wir als primäre Sozialisation beschreiben. Wir haben, also ein Kleinkind hat rudimentäre Gefühle, die sind da, aber die Ausdifferenzierung der Gefühle ist ein Vorgang der Prägung durch die primäre Umwelt. Also deshalb haben wir auch sehr ähnliche Vorstellungen und Gefühle in unseren Eltern oder normalerweise. Also man darf niemals, wenn man nach dem Wesen des Menschen fragt, das Gehirn vom Körper und von der Umwelt trennen. Das ist eine Einheit. Okay. Finde ich gut. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Nein, aber das ist das Interessante, dass all das, was Philosophen und Psychologen immer schon postuliert haben, dass die Hirnforschung das genau belegen kann in diesem Sinne. Kann man nicht eh auch so sagen, dass das also so ein gegenseitiges, ja, ich sag mal, Befruchten, also so als Joint Venture ist, dass also da die, so eine Subfect-Iteral-Tillik, dass die nervöslich sind regelwärtig da. Ja, natürlich. Also, egal welche Leute die Hirnforschung verdammen oder Hirnforscher die Philosophie verdammen, das ist fruchtlos. Sondern die Einsichten, die wir heute haben, jetzt nicht auf der Einzell-Ebene, aber doch auf der Ebene des neurobiologisch fundierten Menschenbildes, ist nur möglich, wenn ich hier neben der Hirnforschung natürlich die Psychologie sehe, aber auch die Soziologie in dem Sinne, dass sie die Gesellschaft und ihre Einflüsse beschreibt. Es ist, wie kann ich über Empathie reden, über Empathie-Zentren im Gehirn, wenn mir nicht ein Philosoph und ein Psychologe erklärt, was Empathie denn überhaupt ist. Und das ist ja nicht im Gehirn, sondern das Gehirn sorgt dafür, dass ich in den Augen des Philosophen, des Psychologen empathisch agiere. Das steckt ja nicht in den Hirnbindungen, sondern die Hirnbindungen oder die Neuronetze, die da sind, die erlauben mir, ein empathisches Verhalten auszuführen oder mich empathisch zu fühlen. Das ist sozusagen der Sprung in die andere Richtung, in die Richtung der Selbsterpfindung, in Sprung in das eigene Verhalten. Aber dieser Paradigmenwechsel hat sich gerade so in diesen angloamerikanischen Cognitive Neuroscience so richtig rumgesprochen. Ach doch. Also, doch, doch. Also im Gegensatz zu Deutschland würde ich sagen, wenn ich jetzt ein Standard-Psychologie-Lehrbuch von Meyers zum Beispiel Psychology nehme, gibt es ja auch in Deutschland als Basisbuch, dann ist die Hälfte dieses über tausend Seiten langen Buches reine Neurobiologie. Und für ihn und für viele meiner Kolleginnen und Kollegen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, ist eine Psychologie und vielleicht auch nachgeordnet eine Soziologie, aber das ist ein anderes Thema, ohne neurobiologische Basis nicht denkbar. Nur in Deutschland kriegt man zu hören, was brauchen wir, das ist doch alles Quatsch. Auch Psychiater sagen mir, Herr Roth, müssen wir das lernen, das sind doch Psychiater, braucht überhaupt nichts zu wissen. Dass sie aber Pillen verschreiben, die pharmakologisch aufs Genaueste mit den zellulären Prozessen im Gehirn zusammenhängen, das verschweigen sie dann. Na gut. Das ist vielleicht der Hiatus Geistes Naturwissenschaft. Genau. Der aber in den angelsächsischen Ländern eigentlich verschwunden ist. Aber in Deutschland noch Urstein feiert. Ja. Leider. Prima. Hast du noch eine Frage? Nee, im Moment können wir gleich zur nächsten gehen. Genau. Dann hätten wir die nächste Frage. Hups, jetzt sind wir zurückgesprungen, jetzt sind wir nach vorne springen. Genau, jetzt wäre natürlich die Frage, Sie hatten ja Ihren Doktoran oder Ihren Schüler John Dylan Hanks erwähnt, der hat ja auch so Fenster ins Gehirn verfasst, wo er davon ausging, ja, was heißt von ausging, aber zumindest in Erwägung zog, dass es also auch sowas wie Brain Reading vielleicht mal geben könnte. Er hat sich allerdings, das muss ich auch nochmal zu seiner Ehrenrettung nochmal sagen, kritisch auch dazu geäußert, hinsichtlich der Nanopartikel, was hätten Sie da nochmal dazu sagen? Also, ich meine, ich brauche Don gar nicht zu widersprechen, würde ich auch nicht tun. Er soll einem Schüler nicht widersprechen, er widerspricht mir ja auch nicht, wir sind ja auch eng gefreundet, nach wie vor, obwohl er mein Doktorand war. Nein, er hat schon recht, der Untertitel seines Buches ist natürlich Schwachsinn, ein Stand gar nicht von ihm. Es gibt kein Fenster im Gehirn, auch nicht, oder wie man Gedanken lehnen kann, sondern das ganze Buch hinter, man müsste eigentlich sagen, warum es so schwierig, aber doch möglich ist, unter besonderen Bedingungen Gedanken oder Gefühle zu erkennen. Es ist eben methodisch schwierig, nicht prinzipiell. Das muss man sagen, das hängt aber wiederum von vielen verschiedenen methodischen Bedingungen ab, zum Beispiel, was er macht, ist eben die funktionelle Kernspintomographie, mit der ich mich auch beschäftigt habe, und da haben wir auch mit angefangen. Die kann eben tolle Dinge, aber sie kann bestimmte andere Dinge nicht, und das weiß natürlich John. Umgekehrt was ich jetzt zusammen mit meinem Sohn, mein Sohn ist auch Neurophysiologe an der Universität in Oslo, wir untersuchen jetzt auf dem zellulären Niveau genau die Bedingungen, die sehr vermutlich mit dem Entstehen von Bewusstsein zu tun haben. Das ist also wirklich an der einzelnen Zelle und an wenigen Zellen, da hat man festgestellt, das geht auf Vorstellung unter anderem auf meinen Freund und Kollegen Wolf Singer zurück, die Idee, dass da bestimmte Prozesse in der Großhinterin stattfinden müssen, Oszillationen, Synchronisationen, und nach allem, was wir jetzt noch wissen, was wir jetzt wissen, ist das so ganz nah am Bewusstsein und würde auch mit der Gestaltpsychologie und ähnlichen Dingen sehr gut übereinstimmen. Aber das ist jetzt wieder der Dualismus, obwohl er nur ein methodischer Dualismus ist. Ich kann auf der Ebene der funktionellen Kernspintomographie niemals die Auflösung erreichen, um zu sehen, wie kommen denn diese Erregungsfelder, die John miss, zustande. Weil das, was er an geringste Auflösung hat, ist ein sogenanntes Voxel, also ein Volumenpixel von einer Million Nervenzellen. Und man kann auch nicht mal sagen, was diese Zellen wirklich tun. Ob sie zum Beispiel erregend sind oder hemmend sind, kann man so nicht sehen. Und das ist natürlich absolut essentiell. Man weiß nicht, welcher Neurotransmitter das ist. Man sieht nur Erregungen oder Hemmungen oder Abstufungen. Umgekehrt kann ich bei meinen Ableitungen einer einzelnen Zelle oder meinem Sohn niemals sagen, was das jetzt bedeutet. Aber wir können zum Beispiel feststellen, das was ja auch Wolf Singer und einer seiner Schüler mein Bremer Kollege Andreas Kreiter macht, zeigen, wenn immer wir beim Tier oder beim Menschen Bewusstsein aufmerksamkeit Zustände sehen, das kann man ja verhaltensmäßig überprüfen, dann treten im Gehirn diese Oszillationen und Synchronisationen auf. Und da kann man immer noch fragen, gibt es noch andere Faktoren und da kann ich sagen, natürlich, aber das sind wohl diese zellulären Schwingungsprozesse sind wohl die, die haben alle Spezifisten mit Bewusstsein zu tun. Aber ich sehe natürlich kein Bewusstsein bei meinen Ableitungen. Wiederum sind wir wieder bei diesem Dualismus. Ist damit dieses Cross-Frequency Coupling gemeint, also dass diese verschiedenen Kurven oder Oszillationen irgendwann mal zu einer Synchronisation kommen? Ja, ganz natürlich. Also es gibt so einen gewissen Streit zwischen oder gab, der überwunden ist zwischen der Singerschule und zwischen einer anderen Schule, der ich angehöre, aber da gibt es nur um Feinheiten. In Wirklichkeit geht es darum, ein Netzwerk zu verstehen, dass aus Erregenden und vielen Erregenden und wenigen Hemmenden sogenannten Interneuronen besteht und die interagieren nun in bestimmten Frequenzbändern. Das sind diese Gamma-Frequenzen, die Hochfrequenzen, die wir untersuchen, mein Sohn und ich. Und da gibt es die Alpha-Zellen, die Pyramidenzellen, die schwingen langsamer und die steuern sich gegenseitig und verhaken sich, so ganz einfach gesprochen. Und das ist so, niemand hat etwas anderes gefunden, obwohl meine Kollegen und wir da wirklich ziemlich alles untersuchen, was man auf zellulärer Ebene untersuchen kann, mit verschiedenen Techniken. Also das ist sehr erstaunlich, dass hier so eine unglaubliche Konvergenz zwischen dem psychologischen Befund, und jetzt sagt ein Mensch, in Afrika kann das nicht so sagen, aber kann Zeichen machen, jetzt sehe ich das oder reagiert, jetzt scheint da was auf, zwischen der Kernspintomographie, das kann man ja simultan machen, und dem zellulären Geschehen, und das ist atemberaubend. Insofern kann man im Prinzip schon Gedanken lesen, nur die Auflösung, und besonders was John Haynes gefunden hat, wenn einer einen komplexen Gedanken hat, ist das über das ganze Kern verteilt, und es ist aus den Detailgründen nicht gut zu lesen. Räuchte man an der Stelle so etwas wie so einen Laplastischen Dämon, der quasi jeden Dentritt dieses Neuron in seiner Aktivität aufnehmen würde, und sagt, ja, der wird sich totrechnen, aber immerhin hat John Haynes das ja mit seinen englischen Kollegen dahingehend gelöst, dass er KI darauf anwendet, und tausendmal, also sagt einer Person, jetzt denkt man an deine Oma, und jetzt setzt man diesen Algorithmus da ran, und tausendmal, jetzt denke ich an meine Oma, denke ich an meine Oma, und der Algorithmus lernt, und irgendwann hat er ein Muster, das sich von dem Muster unterscheiden, wie ich an mein Opa denke, das geht, aber ob die Oma, an die ich denke, dann noch alle Zähne im Mund hat, oder der Opa, das ist noch nicht, aber das ist eine quantitative Frage, das ist, dass man sich, es ist so wie beim Wetter, im Prinzip ist das Wetter ein physikales Geschehen, und keiner glaubt an irgendwelche Mystik oder Metaphysik, aber selbst die stolzsten Rechner in der Welt, das sind Riesenrechner, sind immer noch nicht in der Auflösung so fein, dass jetzt das Wetter mit 100% Sicherheit, genau dasselbe Problem, ist eine Systemeigenschaft, und die Unmöglichkeit, die Komplexität, komplexe Systeme eben algorithmisch zu erfassen, aber es ist kein philosophisches Problem. Wolltest du, Axel, oder sonst hatte ich gerade, ich merke gerade, du wolltest Luft holen. Ja, nee, ich hatte kurz mein Mikro aus, weil ich nebenan gebohrt habe, Entschuldigung. Macht da jetzt nicht, wenn man sagt, mit der Auflösung, kriegt man das hin, wenn ich jetzt mal das so zusammenfasse, macht man dann nicht irgendwann die Chaos-Theorie einen Strich durch die Rechnung, das sind ja die Jein. Oder vielleicht sogar die unschärfe Relation, ich weiß es nicht. Ja, ja, also das umstritten, aber alle Untersuchungen, die mir zugänglich sind, einschließlich derer von John Haynes, gehen doch dahin, dass man approximativ sagen kann, je höher die Auflösung ist, und John ist schon mit seinen Methoden ganz nah an der Auflösungsgrenze, ein Voxel, also ein Volumenpixel und diese fantastischen KI. Und wenn man das noch verfeinert, noch mehr macht, noch mal genauer misst, dann kann man immer genauer sagen, jetzt denkt diese eine Person an den Großvater im Gegensatz zur Großmutter. Aber, jetzt kommt das große Aber, das dauert lange Zeit, ein Riesenaufwand, und es ist nicht automatisch übertragbar auf einen anderen Menschen. Wir müssen wieder tagelang, wochenlang im Labor halten und weil jedes Gehirn, und da sind wir bei der Chaos-Theorie, es etwas anders macht. Jedes Gehirn ist sogar sehr individuell, alles, nichts sitzt so am selben, wirklich am selben Ort wie bei dem anderen, da muss man extrem transformieren und vereinheitlichen und dann ist es so, jedes Gehirn schafft sich seine individuelle Bewusstseinswelt. Die kann ich wiederum, bei jedem der siebeneinhalb Milliarden Menschen könnte ich sie untersuchen, dann wüsste ich, wie Menschen denken. Aber dann müsste ich auch noch untersuchen, wie Menschen denken, wenn sie zu zehn sind, zu hundert, zu tausend, da wäre dann wieder anders. Also es ist eine, würde ich mal sagen, mathematisch gesehen eine überabzählbare Menge an Fällen. Es gibt ja abzählbar unendliche und überabzählbar unendliche und das würde immer in dieser Kombinatorik, es ist sehnlos, genügt uns, dass wir mit 70, 80 Prozent unter Laborbedingungen nicht am Flughafen, das können Sie völlig vergessen, unter Laborbedingungen schon so ungefähr erraten können, woran jemand denkt und insbesondere welche Gefühle er hat. Das ist eine messtechnische Frage, aber es ist wie beim Beta. Es ist, können Sie Quantencomputer noch nehmen, wie Sie wollen, Sie werden die Vorhersagekraft der Beta-Kundler nicht wesentlich verbessern können. Ja, das ist okay, sonst wäre auch direkt die Überleitung zur nächsten Frage. Halten Sie eine Übertragung von neuronalen Strukturen über BCIs, sogenannte Trained Computer Interfaces in Form eines It from Bit, von Wila, für realisierbar? Weil, nur ganz kurz, weil es sind ähnliche Projekte von Neuralink, Musk in dieser Hinsicht. Ja, also ich habe gerade eine große, mit EU-Geldern, eine große Studie des Vergleichs zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz fertiggestellt. und da gibt es, also im Prinzip ist nicht nur die KI an physikalische Grundgesetze gebunden, sondern auch unser Gehirn. Also im Prinzip ist das physikalisch nichts anderes. Aber heute noch in absehbarer Zeit ist die Weise, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet, völlig anders als das, was die fortgeschrittenste KI macht. Ganz einfach, weil man sagen muss, das Gehirn ist überwiegend ein chemischer Computer. Die Chemie ist das Wichtigere, gerade Gefühle, aber auch Gedanken. Und chemische Computer in der Weise gibt es nicht. Aber natürlich kann man in 100 Jahren, 50 Jahren kann man chemische Computer herstellen. und das ist jetzt ein Chip, den man ins Gehirn senkt. Man versucht das ja seit langer Zeit. Der wird immer elektrische Signale vermitteln, aber keine Transmitter. Die müsste man wiederum einbauen und dann ist erst recht ein triviales System. Diese Chips wachsen nicht ein. Die Neuronen, die Nervenzellen verbinden sich nicht mit dem, das wird abgestoßen mit der Zeit. Es werden ja sogar häufig Stammzellen, die man bei Parkinson-Patienten in deren Gehirn einpflanzt, mit der Zeit wieder abgestoßen. Erst recht Computerchips, das heißt, man würde brauchen bioorganische Chips. Das wäre das Erste. Zweitens Chips, die nicht nur die elektrische Pulde bilden, sondern auch Neurotransmitter, Neuropeptide ausstoßen. Das ist wiederum ein technisches Problem und 100 Jahre ist es vielleicht gelöst. Also, theoretisch ja, natürlich, praktisch nein. Also die nächsten 30 Jahre würde ich sagen. Aber wer weiß, es ist kein philosophisches Problem. philosophisch wäre das Problem, wenn man zeigen könnte, wollen ja viele Leute glauben, dass unser Gehirn grundlegend nicht physikalisch arbeitet. Dafür gibt es aber nicht den geringsten Beweis, nämlich ich kann bei der Nervenzelle, die ich untersuche, ganz genau sehen, wie viel Sauerstoff und Glucose das verbraucht und wenn die nicht mehr genügend Sauerstoff und Glucose kriegen, dann sterben sie ab und dann können sie auch nicht Bewusstsein erzeugen. Also man kann zeigen, Geist und Bewusstsein sind streng, das weiß ja auch jeder Arzt, jede Intensivmediziner, streng an Naturgesetze gebunden, haben aber ihre Eigengesetzlichkeit. Das müssen wir immer dazu sagen, als Systemtheoretiker. Die sind nicht verboten. Würden Sie das so in so ein Bild bringen, dass man sagen kann, die Computeranalogie, kann man auch das Gehirn übertragen im Sinne des Funktionalismus und man setzt einfach on top noch Emergenz? Oder ist das nur das Beide? Und das sind natürlich, sagen wir mal, jetzt philosophische Worte, die man jetzt übersetzen müsste. Also wenn es heißt, Bewusstsein ist ein emergentes Phänomen, was ja häufig gesagt wird, dann ist das keine Erklärung, sondern außer der Tatsache, aus einem System, was man physikalisch beschreiben kann, entsteht etwas, was man erstmal nicht physikalisch beschreiben kann, nur psychologisch. Aber dieses emergente System ist nicht völlig emergent, sondern unterliegt auch wieder physikalischen Gesetzen. Also es ist eine schwache Emergenz, philosophisch gesagt. Das ist klar. Und es gibt da keinen Sprung, sondern man kann zeigen, Tiere sind, meine Frau und ich haben das untersucht und viele andere auch, umso intelligenter, je mehr sie kortexartig, also Großhirn, Rinden, ähnliche Strukturen haben, die genau das leisten, was wir vorhin beschrieben haben, nämlich solche Frequenzmodulationen und Frequenzmuster erzeugen. Ist das mit das beste Beispiel dafür, dass hier kein Hiatus, keine Fulguration und keinen anthologischen Sprung gibt. Sonst wäre das nicht erklärbar. Dürfte man auch so weit gehen, das als Monismus zu bezeichnen, wenn Sie das so erklären, oder würde es so weit gehen? Ich mag, ja, also ich würde nicht sagen Monismus, nämlich das würde ja unterstellen, dass wir die Dualität überwunden haben. Dann würden wir sagen, es ist ein dualistischer Monismus, da sind wir genauso klug wie vorher. Wir kommen über die Dualität nicht hinaus, die aber nicht nur in der Hirnforschung ist, sondern auch in der Physik. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir bestimmte Dinge nicht verstandesmäßig, auch logisch nicht, nachvollziehen können, dass aber die Experimente uns zwingen, das anzuerkennen. Insofern gibt es eine Einheit der Phänomene bei aller Anerkennung der Vielfalt. Wir reden ja auch von einer Quantenlogik, die von der mesokosmischen Logik zum Teil Fundamenta verschieden ist, zum Beispiel das ein und dasselbe Ding verschiedene Zustände annehmen kann. Das ist in der mesokosmischen Welt nicht möglich. Kann man das auch als unterbestimmter durch Evidenz? Ja, natürlich. Ja, also kein Mensch kann erklären, wie dieser Welle Teilchendualismus zustande kommt. Das ist einfach so. und auch Einstein hatte die Hoffnung, es gäbe ein verborgener Parameter dahinter, aber der Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Da ist er Heisenberg und hat er Heisenberg recht gehabt. Das ist sehr interessant, weil das wir nicht Dualisten, ontologische Dualisten sein müssen und trotzdem gewisse Dualitäten akzeptieren in unserem physikalischen Weltbild. Nämlich da kommen sie auch vor. Das wäre jetzt eine spannende Frage für unseren Kollegen. Christian, müssen wir beim nächsten Mal. Nächste Frage, ist es okay oder hast du noch was? Nee, ich glaube, wäre okay. Okay, dann wärst du, glaube ich, jetzt gerade, genau. Jetzt wärst du noch mal. Genau. Also da geht es jetzt ein bisschen um das Thema Willensfreiheit. Ich habe dir dieses Zitat, das habe ich mal gelesen, als ich damals ihr Buch gelesen habe und das hat mich, ist, glaube ich, auch sehr bekannt, das hat mich sehr beeindruckt. Also da haben sie oder ich glaube, es war, sie haben, glaube ich, den Begriff aufgegriffen von jemandem, der nicht richtig weiß, das bewusste ich als Regierungssprecher bezeichnet, der Dinge interpretieren und legitimieren muss von deren Gründe und Hintergründe, die er gar nicht kennt. Ja, das ist die ultimative Kränkung. Wie würde man das sehen? Es geht natürlich auf Sigmund Freud zurück, der von diesen Kränkungen spricht, aber ist eigentlich noch älter. Und das ist immer wieder gesagt worden, es stimmt ja nur zum Teil. Also der Regierungssprecher, der hört ja das, was die Frau Merkel, nehmen wir mal an, ich kenne beide persönlich, was sie ihm sagt. Das ist eben Realiter. Aber sofern sie ihm das nicht erzählt, sie könnte ja auch lügen, kann er keine Ahnung haben, wenn er nicht am Kabinett zisch saß, was sie ja manchmal tut, was da vor sich gegangen ist. Frau Merkel könnte ja behaupten, und manche solche Politiker sagen das ja, also das Kabinett beschlossen das und das. Und dann gibt er das wieder. Er war nicht dabei, aber wenn da ein Minister sagt, das ist eine Lüge von Frau Merkel, also einfach nur als Beispiel, sie lügt ja bekanntlich niemals, aber er könnte es behaupten, dass es so nicht beschlossen werden soll, im Kabinett ist was ganz anderes beschlossen werden. Ja, also jetzt angewandt auf unser Gehirn, es ist ein Faktum, ein triviales Faktum, fast trivial, dass wir die allermeisten Prozesse in unserem Gehirn, die für uns verhaltenswichtig sind, aber auch für unsere Persönlichkeit wichtig sind, nicht bewusst erleben können. Wir können nur bestimmte Teile von Prozessen bewusst erleben in unserem Großhänden, dort auch nicht alles, so bestimmte Teile und man kann das auch sehr schön mit bildgebenden Methoden darstellen, wenn man nämlich eine Wahrnehmung so kurz darbietet, dass sie nicht bewusst wahrgenommen wird, sozusagen maskiert. Dann sieht man, dass bestimmte Erregungen der sensorischen Systeme, auch der Kognizsysteme angestellt werden und jetzt macht man das länger und dann wird es bewusst und dann sieht man, dass die Hirnagentivität sich unglaublich aufbreitert und das ist der Effekt des Bewusstseins. Es wird sehr viel mehr an neuronale Aktivität der Großhirn hinzugeschaltet und das ist der wunderbarste Beweis dessen, was ich vorhin sagte, wenn Bewusstsein nötig ist, weil es wichtig und detailreich sein muss, dann wird dieser Regierung Sprecher hinzugeschaltet. Aber normalerweise und trivialerweise können wir das Unbewusste nicht bewusst machen. Nämlich das Unbewusste, was zum Beispiel im Mandelkern in der Mökdala vor sich geht, hat nun mal keine Bilder, keine Töne, keine Worte, nichts. Das sind neuronale Netzwerke, wie wichtig sie auch sind für das Entstehen unserer Gefühle, sie ist das notwendige Substrat, unter anderem die Mökdala, aber sie selbst hat keine Gefühle, sondern sie induziert das Entstehen von Gefühle in unserer Großhirnrinde. Und die Mökdala selber empfinden wir gar nicht. Und wenn ich zeigen kann, bei Ihnen, wenn ich ganz kurz so ein Bild zeige, maskiert, dann sehe ich, der Mökdala von Ihnen reagiert. Wenn ich Sie aber frage, haben Sie da jetzt irgendwas Furchtbares gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber Sie würden erschrecken, wenn ich das mehrfach zeige, erschrecken und wüssten gar nicht warum. Das ist das, es tut sich etwas in Ihrem Gehirn, das unbewusst ist, was aus bestimmten Gründen nicht bewusst wurde, was Ihr Verhalten induziert, aber wovon Sie keine Ahnung haben, wie das zustande kommt. Das ist der Regierungssprecher, der was verkündet, mein Bewusstsein, von Dingen, die er aber gar nicht erlebt hat. Er war ja nicht am Kabinettstisch. Er redet, so wie er sich das zurechtgelegt hat. Und wie wäre das in diesem Bild mit der Rückwirkung von Bewusstsein? Also der Regierungssprecher, haben Sie gesagt, der entscheidet ja nichts. Ja, da kommen zwei Dinge, wenn man so will. Ja, da kommen zwei Dinge zum Durcheinander. Das eine ist, Bewusstsein als solches hat natürlich extreme Folgen. Das sagten wir vorhin, dass ein von Bewusstsein gelenktes Verhalten ganz anderer Natur ist als ein völlig automatisiertes Verhalten. Also Sie rennen weg, wenn Ihre Amygdala irgendwas sieht, was in Ihrer Meinung eine Klapperschlange wäre. Sie rennen weg, bevor Sie wissen, bevor Sie wegrennen. Berühmtes Beispiel. Wenn Sie genau hingucken, Sie umdrehen, sagen, ach, das war eine Blindschleiche. Diese Erkenntnis ist vielleicht sehr wichtig. Nämlich, wenn Ihnen das immer wieder passiert, denken Sie, aha, hier kommen sehr wahrscheinlich keine Klapperschlangen vor oder keine Kreuzottern, sondern Blindschleichen. Oder Sie gucken jetzt, nicht hinter jedem Baum, in jedem Schrauch sitzt ein Fuchs. Und deshalb muss ich ganz genau gucken, mit Bewusstsein, als Hase, Hasen haben auch Bewusstsein, hinter welchen Sträuchern könnte der Fuchs sitzen, das ist lebenswichtig. Was anderes ist ein Teil des Bewusstseins, den wir rationales Bewusstsein nennen. Das ist ein Regierungssprecher, der nichts bewirkt, nämlich das rein rationale Bewusstsein ohne Emotionen bewirkt überhaupt nichts. Das kann man auch rein neuroanatomisch sehen, von diesem rationalen Instanz in unserem Gehirn. Wird zwar das Reden gelenkt, aber nicht unser Tun. Und das erklärt eine Grundeinsicht menschlichen Verhaltens, es ist ein Unterschied, wie Menschen reden und was Menschen tun. Das sind zwei große, verschiedene Dinge. Predigen, Wasser und trinken den Wein. Das ist neurobiologisch ganz einfach erklärbar. Nämlich da sitzt das Unbewusst und sagt dem Bischof, der gerade über das Wasser gepredigt hat, entschuldigt Abend, hast du dir einen schönen Rotwein verdient. Da greift du den Rotwein oder er begibt sich zu bestimmten Personen. Hier gerade vorher. Das ist menschlich und ist nur zu erklären, dass das Reden und das Bewusstsein alleine, ich will jetzt zugenhaft sein, überhaupt nicht klare Anweisungen gibt, was dann so ein Mensch tut. Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, dieser Regierungssprecher Vergleich, der bezieht sich auf einen Teilaspekt des Bewusstseins. Ja, genau. Also, wir müssen sagen, der Regierungssprecher ist wichtig. Auch Bewusstsein ist wichtig. Nämlich, wenn ich sie frage, sie tun irgendetwas, natürlich ganz Wichtiges. Und wenn ich sie sage, ja, warum haben sie denn das getan? Und sie sagen, ja, weiß ich auch nicht. Offensichtlich hat man Bewusstsein nicht dazu getrieben. Das gilt als nicht statthaft, obwohl es vielleicht wahr ist. Sie unterliegen dem Zwang der Erklärung. Sie müssen sagen, also, dieser wütende Brief an Frau Merkel geht auf die Details und Erfahrungen zurück und das akzeptieren wir dann. Also, der Mensch, den verstehe ich. aber das muss überhaupt nicht stimmen, sondern sie können sich über ihre Schminkermutter geärgert haben und schreiben jetzt einen Büdebrief an Frau Merkel als Ersatzobjekt. Und das könnte Ihnen ein Psychiater, Psychotherapeut, Hörforscher nachweisen, Aber der Regierungssprecher muss ja die Politik von Frau Merkel oder von sonst wem erklären. Der kann doch nicht sagen, ja, also Frau Merkel und das Kabinett hat etwas beschlossen, ich habe keine Ahnung, warum? Da braucht man keinen Regierungssprecher. Sie sehen sich, also das muss man begreifen. Es ist, Bewusstsein ist kein Epiphänomen. Bewusstsein ist ein ganz wichtiges Phänomen und auch Erklärungen haben eine sehr wichtige soziale Funktion. Kann ich einfach aufstehen und sagen, ich habe Freiheit euch nicht oder der Herr Spahn. Er kann ja das eine heute, das andere morgen erzählen, aber er muss irgendwas erzählen. Sehen Sie? Sonst sagt, ich kann euch nicht erklären, warum ich das jetzt so nicht verhalte. Das ist sozial nicht akzeptabel. Okay, gut, dann haben wir den Punkt geklärt. Das war sehr interessant. Dann kommen wir zur letzten Frage, oder? Ja. Also da dieses Manifest der Hirnforschung, das ist ja auch etwas, mit dem Sie und andere verbunden werden. Und das ist ja ein viel diskutierter Begriff. Da wurde ja damals gesagt, man würde jetzt aufgrund der Hirnforschung zu einem neuen Menschenbild kommen. hat sich das erfüllt oder wird sich das noch erfüllen? Oder wie stehen Sie zu dieser Formulierung? Also ich würde das voll unterschreiben, dass das schon passiert ist. Und zwar ganz unschuldig. Ich habe auch ein Buch geschrieben, was sich vor einem halben Jahr rausgekommen ist und was sich großer Beliebtheit inzwischen erfreut in der vierten oder fünften Auflage schon. Das heißt eben über den Menschen und hat als Tenor die Frage, gibt es ein neues Menschenbild? Und da kann man fragen, wiederum rein philosophisch, was ist neu an dem Menschenbild? Da kann man sagen, ja, bestimmte griechische Philosophen und Herr Schroppmauer und vorher David Hume, den ich sehr verehre, haben das alles schon gesagt. Stimmt auch zum großen Teil. Also das Menschenbild ist nicht fundamental neu, nur diese Philosophen waren eine absolute Minderheit. Die Mehrheit hat was ganz anderes gesagt, nämlich der Dualismus. Und der Dualismus ist nach wie vor zutiefst in unserer Kultur verankert. In tragischer Weise, das sehen wir jetzt, wo man feststellen muss, wie fremd den meisten Menschen in der Corona-Pandemie naturwissenschaftliches Denken ist. Wir haben kein naturwissenschaftlich gut fundiertes Menschbild. In keiner Weise. Und selbst wenn Frau Merkel, die ich ansonsten mag, sagt, ja, bei einer bestimmten Gelegenheit, da können wir nur beten, da mag sie als Pfarrerstochter das sagen, aber es ist als Physikerin undenkbar. Also, wenn irgendein Attentat in Amok passiert, kann man nicht sagen, können wir nur beten, das ist einfach die falsche Schublade, die sie offen gemacht hat, warum auch immer sie gesagt hat. Und in erschreckendstem Maße, ich musste mich da, weil ich vor ein paar Tagen ein Interview beim Spiegel abgeliefert gemacht habe, ist die Frage, wie kommt es, dass immer noch 20 Millionen der Menschen nicht geimpft sind, vielleicht die Hälfte davon aus prinzipiellen Gründen, weil sie, das kam ja heute in Nachrichten, nicht nur durch rechtsradikales Denken in der damaligen DDR, Sondern auch im Süden unserer Republik, da wurde gesagt, das sind eben die Esoteriker in Baden-Württemberg, die Hochburg der Esoterik, weil immerhin ein Viertel unserer Gesellschaft mindestens mit einem naturwissenschaftlich fundierten Menschbild nichts anfangen können und weil sie das auch in der Schule nicht genügend vermittelt bekommen. Insofern muss man jetzt sagen, das, was Hirnforscher behaupten, auch in dem Manifest, war nicht völlig neu. Extrem kluge Menschen haben immer schon so gedacht und David Hume und Schopenhauer und Schrödinger bis in die Gegenwart haben das schon geahnt, auch wenn sie es vielleicht nicht mit Hirnforschungsmethoden belegen konnten. Es ist aber völlig neu oder ziemlich neu, weil wir konstatieren können, unsere deutsche Gesellschaft ist nicht kompatibel mit einem empirisch naturwissenschaftlich fundierten Menschenbild. Das ist sie nicht und das kann man zutiefst bedauern, das wird man erstmal nicht ändern, da man nicht die gesamte Ausbildung der Kinder und der Jugendlichen ändert. Und das geht bis in die verrücktesten Dinge, die ich auch jetzt noch erlebe, wenn ich sage, wenn ich mit Philosophen, was ich heute tue, häufig heutzutage tue, sage ich aber, was sie da, wovon sie ausgehen, dass wir eben mit Willensfreiheit eben auch rein geistig, ohne das Gehirn bestimmte Dinge tun können. Und da sage ich, naja, es gibt nicht den geringsten empirischen Beweis Beweis dass so was möglich ist, im Gegenteil, es gibt unendlich viele sehr gute Beweise, ich könnte Ihnen das sogar im Labor vormachen. Und dann sagt dann, da sind sehr bekannte Philosophen, das sind doch, was sind denn empirische Beweise, das ist doch so alles Quatsch. Wie kann man sagen, ich muss etwas, was ich behaupte, irgendwie empirisch beweisen können, letztendlich, aber es gibt viele Philosophen, die ich persönlich kenne, auch Bekannte, die sagen, das ist doch Quatsch, ich kann mir das doch vorstellen, und wenn ich meine Hand bewegen, dann bin ich da, sage ich ja, Moment, aber das ist doch in Wirklichkeit ganz anders, du sagst, das interessiert mich doch gar nicht, das ist doch alles unsinnig. Das ist O-Ton. Insofern würde ich schon sagen, wir brauchen ein neues Menschenbild, aber ein Menschenbild, dreimal unterstrichen, das nicht allein neurozentriert ist. Die Neurobiologie alleine kann ein solches neues Menschenbild niemals konstituieren, sie braucht dazu die Psychologie, sie braucht dazu die Physik, sie braucht dazu die Soziologie und sie braucht die Philosophie dazu. Und wenn die sagen, es gibt eine feindliche Übernahmewunsch der Neurowissenschaftler, dann kann ich sagen, nennen sie mir die. Und dann kommen dann immer Namen, sage ich immer, das sind aber keine Neurowissenschaftler, ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber sie können sich denken. Da kann ich nur sagen, na gut, dann brauchen wir auch nicht mehr reden. Da können sie auch behaupten, der Mond ist aus Käse. Wenn sie sagen, das kann man auch gar nicht beweisen, dann reden wir auch nicht mehr drüber. Darf ich nur noch mal kurz nachfragen, wo Sie das auch eben so geschildert haben, weil ich da jetzt auch so ein Essay zugeschrieben hatte an Dialektik der Aufklärung erinnert, würden Sie das bestätigen, dass wir auch wieder in so einer Art Dialektik der Aufklärung stecken, wo das Projekt Kants bescheitert ist? Ja, also wir müssen ja sagen, die Aufklärung, so großartig sie war, und Kant war ja auch Aufklärer und nicht Aufklärer, aber er war ein super Aufklärer vielleicht, hat an die Macht der Vernunft geglaubt. Diese Aufklärung hat leider in unserer europäischen Geschichte oder Weltgeschichte nicht viel bewirkt. Es waren die aufgeklärtesten Herrscher, Friedrich II. von Preußen, die die größten Machtpolitiken gemacht haben. Nichtsdestotrotz weniger gibt es vielleicht einen Fortschritt, dass wir seit 70 oder 80 Jahren nicht mehr hier in Mitteleuropa im Krieg leben, mag eventuell an der Aufklärung liegen. Ich glaube daran, dass bestimmte Dinge nicht mehr so salopp behauptet werden können, also etwas in die Welt gestellt, was nicht empirisch beweisbar ist und im Gegenteil, also wenn ein Putin etwas sagt oder irgendjemand braucht ja nicht immer nur auf ihn drückt, wo es nicht die geringsten Beweise für gibt, dann sagen doch vermehrt Leute, ja, wieso sollen wir das glauben, wenn viele Evidenzen dagegen sind. Zum Beispiel auch beim Irakkrieg, irgendwann kommt doch raus, dass der Irakkrieg von George W. eben auf Fake beruhte. Irgendwann kommt es zum Vorschwein, wie Sigmund Freud sagte. Das ist vielleicht eine Hoffnung. Gut, das hört sich schon mal nach fast abschließenden Worten an, die Hoffnung, die bleibt, das Menschen wird sich noch ändern. Tja, vielleicht, wir müssen daran glauben, wir müssen an die Kraft der Aufklärung glauben, und glauben ist nicht Wissen, sondern Glauben. Gut, Axel, hast du da noch eine Frage dazu? Nein, das war jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort. Ja, ich wollte uns einfach noch kurz den Abspann zeigen, aber ja, Herr Prof. Dr. Roth, wir bedanken uns sehr herzlich für das Interview, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, war ein sehr anregendes, interessantes Gespräch. Gern geschehen, gern geschehen. Vielen Dank. Ein Highlight. Richtig, auf unserem YouTube-Kanal Symposium eben auch zu sehen und wir werden das dann auch über unsere Blogs nochmal veröffentlichen und hoffen, dass es auch möglichst viele Menschen erreicht im Sinne der Aufklärung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Super, vielen Dank, Herr Professor. Herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Die Publikationsliste auch noch. Super, vielen Dank. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Stopp. Okay.